Darf ich dir in diesem Video mal das wahrscheinlich geilste Plugin für das Stream Deck vorstellen, was ich je gesehen habe? Ja? Dann los. Moins und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir mal ein Plugin vorstellen für das Stream Deck, was mich komplett aus den Latschen gekracht hat. Ich möchte extra nochmal dazu sagen, ich bin sehr, sehr spät zur Party. Okay, also das gibt es schon eine ganze Weile. Ich habe es nur vorher nie gehabt. Kurze Erklärung, ich habe meine Buttonbox umgebaut. Ich hatte hier links an der Seite immer eine Buttonbox und dort waren ein Loop Deck drinne und ein Stream Deck. Das Stream Deck war, um meinen Computer zu steuern und das Loop Deck, den PC. Das habe ich jetzt vor kurzem umgebaut, weil ich mir meine Buttonbox etwas, ja, wie soll ich sagen, funktionaler gebastelt habe. Dann kam der gute Andreas auf mich zu, Error 4044 und sagte so, Mager, kennst du schon iRaceit? Und ich so, nee, was ist denn das? Das ist ein Plugin für das Stream Deck. Und dann bin ich mal auf die Suche gegangen und bin auf die Homepage gekommen und habe mich hier jetzt erstmal so ein bisschen umgeguckt. Und dann standen hier schon so ein paar Funktionen und dann dachte ich mir so, okay, das ist ja schon gar nicht mal so wenig. Lass uns das Ganze doch mal ausprobieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mir das Ganze erstmal runtergeladen und habe das mal auf meinen Stream Deck getan. Und jetzt, falls ihr es noch nicht kennt, wird wahrscheinlich dem einen oder anderen gleich der Kopf rauchen, ein dickes Grinsen im Gesicht sein. Oder du sagst dir so, ich hätte das gerne für andere Sims auch. Und zwar folgendes. Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen in der Software vom Stream Deck, dann gehen wir hier einfach mal ganz kurz rein. Und dann siehst du hier allerhand Buttons. Du kannst oben schon sehen, das ist TC, TC2, ABS und Breakbuys. Wie du jetzt gerade auch schon sehen kannst, ist das Ganze offline. Ich habe jetzt hier nichts weiter gestartet dazu. Also die Sim ist noch nicht an, das machen wir gleich nochmal. Aber du siehst, dass es Knöpfe gibt, die man drücken kann. Und scheinbar sind die auch irgendwie an iRacing gebunden. Dann möchte ich dir nochmal einen anderen Ordner zeigen und zwar den für den Pitstop. Hier kannst du auch sehen, da ist eine Menge Stuff drinne und da steht auch wieder, dass es offline ist. Und wir gehen jetzt mal ganz kurz in iRacing rein, um dir das zu zeigen, was diese Knöpfe bei mir hier machen. Und dann zeige ich dir auch nochmal ganz kurz, wie du diese Knöpfe hier reinbekommst und sie sozusagen belegen kannst. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt mal die Sim gestartet und ich stelle mich jetzt einfach mal in die Boxengasse. Und ihr könnt ja jetzt mal hier auf der Kamera, könnt ihr das mal sehen, ich gehe jetzt hier mal rein. Und ihr seht schon, dass wir nicht mehr offline sind, sondern hier schon Zahlen haben und gewisse Dinge, die ausgegeben werden. Aber lasst uns mal reingehen. Ich lade jetzt mal kein Setup. You're on a wet tire. Ja, danke. Es regnet aber nicht. Und du kannst so fort... Give us a few clean laps to get our fuel numbers. Was hältst du davon, wenn du einfach mal nicht dazwischenredest, wenn ich den Menschen was erklären möchte, okay? Wie du jetzt hier sehen kannst auf der Kamera, liest der alle Daten aus, die du im Auto hast. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie kein Dashboard haben solltest oder du hast kein Dashboard oder du hast auch kein Display auf deinem Lenkrad oder du siehst das Dashboard vom Auto selber nicht, dann kannst du hier das so einstellen, dass du das auslesen kannst. Also bei mir jetzt hier TC, TC2, ABS etc. pp. Und du kannst das hiermit einfach umstellen. Und wie du siehst, ändert sich auch gleich die Zahl noch damit. Du kannst hier alles quasi machen on the fly und du siehst es. Wenn wir jetzt mal die Zündung drücken, siehst du, dass der Starter auch seine Farbe verändert und du kannst draufdrücken. Und dann bist du drin. Und als ich das eingestellt habe, da war ich ja ganz happy. Weil ich mag ja so Schnickschnack. Wenn ich jetzt hier wieder die Zündung ausmache, geht das auch wieder, siehst du, dass du sie erst anmachen musst. Dann siehst du, dass der Starter läuft und dann kannst du reingehen. Das sind so Kleinigkeiten, die wertschätze ich wirklich sehr. Das sind so kleine Spielereien, die ich sehr, sehr schön finde. Und gerade wenn man ein Stream Deck hat, kann man das auf jeden Fall schon mal benutzen. Aber was noch viel, 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 viel geiler ist. Du gehst jetzt mal, wir gehen mal in den Pitstop rein. Und du siehst jetzt hier bei mir in dem Mittel, wie viel ich getankt habe. Dann könnte ich beispielsweise sagen, ich will 1 Liter, 4 Liter. Also ich kann jetzt jeweils immer einen weiteren Liter reinmachen. Oder ich gehe in 10er Schritten rein. Und sage, ich will jetzt hier einfach 38 Liter nachtanken. Geht jetzt nicht, weil das Auto ist jetzt voll. Aber das würde jetzt hier an der Stelle auch funktionieren. Was ich auch total geil finde, ist, ich kann jetzt hier anmachen, dass er vorne die Scheibe, die Folie abmachen soll. Das habe ich jetzt auch hier drauf. Ich fahre jetzt mal aus der Box raus, damit wir das auch mal machen können. Ich fahre jetzt extra mal aus der Box raus. Und sagen wir jetzt einfach mal, wir möchten sehr gerne wechseln. Also wir würden gerne das Windshield, die Folie, würden wir abmachen wollen. Dann wollen wir gerne auf Wet Tires gehen. Und dann möchte ich gerne, dass alle Reifen gewechselt werden. Wären sie sowieso, weil wir sind ja auf Dry. Und dann können wir hier oben sehen, dass er mir jetzt alle Reifen wechselt, weil die sind alle grün. Ich habe jetzt hier für Nesca, habe ich hier die linken Reifen und die rechten Reifen. Das heißt, er würde vorne links wechseln und hinten links wechseln oder vorne rechts, hinten rechts. Und das Schöne ist, wenn wir das jetzt hier mal drücken, dann bekommen wir oben im Chat, da sieht man so eine kleine weiße Nachricht. Jetzt werden keine Tires mehr gewechselt und jetzt sage ich, ich möchte nur rechts wechseln und dann wechselt er mir nur RF und RR. Das heißt, ich kriege auch immer gleich auf dem Bildschirm für mich Feedback, was er denn gerade gemacht hat, wenn die Farbe nicht reicht. Also ich meine, die Farbe ist ja schon mehr als ausreichend. Und dann sage ich jetzt einfach mal, okay, ich will Wet Tires machen und ihr seht, er wechselt gleich alles wieder auf Wet Tires. Du kannst hier auch den Autofuel anmachen, wenn du möchtest. Du kannst ihn an- und ausmachen. Das kann er jetzt noch nicht, weil er kein Fuel berechnet hat. Du kannst hier den Damage kannst du auch einstellen, dass du deinen Fast Repair beispielsweise benutzen möchtest. Das ist bei mir hier unten. Da kann ich dann drauf drücken und dann fahre ich rein und dann sagt er, benutzt er den Fast Repair, ohne dass ich irgendwie irgendwelche Buttons drücken muss oder in der Blackbox irgendwas machen muss. Das funktioniert alles mit diesem Plugin. Ich habe hier jetzt noch den Wetterbericht drauf oder den Damage, aber dazu sagt er jetzt gerade nichts. Und dann habe ich mir selber noch die ganzen Kamerasachen hier drauf gemacht. Aber das ist ja so, ich sage mal, jeder, der jetzt so eine Buttonbox hat, der ist ja damit relativ, ja ich sage mal, vertraut, dass er sich das da drauf legt. Aber auch das würde hier gehen und das sind noch nicht mal alle Funktionen dieses Plugins. Denn dieses Plugin ist so unfassbar mächtig. Du kannst quasi über das Stream Deck komplett alle Funktionen von iRacing bedienen. Und dazu gehen wir jetzt ganz kurz mal in die Software rein. Ich mache mal kurz den Wagen aus, dass der hier nicht die ganze Zeit tuckert im Hintergrund. Also wenn wir jetzt wieder zurückgehen in die Software vom Stream Deck, dann wirst du hier das iRace IT Plugin finden, wenn du es installiert hast. Das kannst du ganz einfach machen, wenn du hier auf den Marketplace gehst. Dann kommst du hier hin und dann gibst du einfach iRacing ein und dann kannst du dir das hier quasi runterladen und dann ist das bei dir drin. Du brauchst dafür einen Account bei Elgato. Den musst du dich mir auch anlegen. Und dann installiere dir das und dann findest du das hier. Und dann kannst du, wenn du jetzt hier beispielsweise, wir nehmen mal den Pitstop, dann kannst du hier, wie du siehst, alles, aber auch wirklich alles einstellen, was du einstellen möchtest. Du kannst jeden einzelnen Reifen nur vorne rechts, nur rechts. Du siehst das, ja? Du kannst den Refuel einstellen. Du kannst sagen, wie viele Liter du hinzufügen willst. Wenn wir jetzt hier mal beispielsweise reingehen bei mir, ne, dann kannst du hier sagen, du möchtest 10 Liter oder 2 Gallonen hinzufügen oder du möchtest sie rausnehmen und dann kannst du halt auch in Einser schritten. Du könntest jetzt in der Theorie, wenn du noch richtig, richtig Bock hast und du hast irgendwie keine Flags, die du irgendwo hast, die dich anblinkern, könntest du auch einfach sagen, komm, mach mir mal den Button jetzt mit einem Flag Overlay. Und dann könntest du dir auch aus deinem Stream Deck eine LED-Flagge mit dazu bauen. Das heißt, es gibt ja Menschen, die nicht aber tausende Euro ausgeben wollen und jedes Add-on und Goodie sich kaufen. Dann kannst du hier einen Haken reinmachen und Abfahrt. Du kannst hier auch deine eigenen Icons, kannst du hier auch noch mit reinmachen, wenn du da Bock drauf hast. Also wie du siehst, was Pitstop angeht, ist alles dabei. Wenn wir jetzt mal in Car reingehen, vorsichtig, dann kannst du hier nämlich auch alles machen. Wirklich alles. MGU, Engine Power, Engine Brake, DIV, alles mögliche. Traction Control, BIS4, Power Steering. Hier ist wirklich alles drin, was du in iRacing umstellen kannst. Was es in der Theorie als Buttons gibt, die du belegen kannst in der Option, findest du hier drin und die sind alle für dich visuell dargestellt. Also wie du hier auch siehst, Break Bias, können wir auch hier nochmal reingehen, ist bei mir jetzt hier an der Stelle rot, weil die Farben kannst du natürlich auch noch auswählen, weil da war nämlich ein 12-Hat dabei. Da kannst du nämlich runterscrollen und dann kannst du hier auch die Frame Color angeben. Das heißt also, du kannst das Ding von oben bis unten komplett individualisieren, was du im Auto machen kannst. Aber das ist ja auch noch nicht alles. Du kannst auch gerne, wenn du möchtest, hier einfach eine Chat-Message drauflegen und sagen, äh, hallo, gutes Rennen. Und dann wird er jedes Mal, wenn du diesen Knopf drückst, ob du es nun glaubst oder nicht, warte, wir gehen rein, wird er hier hallo, gutes Rennen in den Chat reinschreiben. Also wenn du da auch noch Bock drauf hast, kannst du das auch machen. Es gibt ja ein paar Leute, die das machen, ne, die sagen sich dann, äh, ich möchte sehr gerne mal meine Mitmenschen grüßen und denen gutes Rennen wünschen. Dann kannst du das damit auch machen, kannst du das einfach auf dem Stream Deck legen. Manchmal hat man ja keinen Bock irgendwie, ne, nicht das aufs Lenkrad zu packen oder irgendwie umgreifen. Und kann auch nicht jeder so fancy sein, wie einige Menschen da draußen und während des Fahrens sogar noch schreiben. Dann kannst du das damit machen. Wenn du jetzt hier in eine Session gehst, kannst du dir das hier auch aussuchen, kannst du hier Flex, äh, den Lab-Counter oder die Incidents kannst du dir auch anzeigen lassen, ne. Das heißt, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, ich mach Incidents, dann zeigt er mir hier auch an, wie viel Incidents ich habe. Oder ich sag, ich mach einen Lab-Counter, dann kann ich sehen, wie viele Runden ich gefahren bin. Äh, Session Remaining ergibt sich ja, ist dann die Rundenzeit und dann die, äh, Flaggen an sich selber auch noch, wenn man das nicht so machen möchte, wie vorher. Aber du kannst jetzt hier dann auch noch deine Uhrzeit reinmachen. Wir nehmen übrigens um 13.12 Uhr am Montag auf heute. Also wie du sehen kannst, ist hier auch noch ein bisschen schabernackt drinne. Hotkey with Flags, äh, ist denke ich mal selbst erklärend. Da kannst du dann, äh, deine Flaggen reinmachen und dann kannst du hier einfach irgendwas belegen. Dann, weiß ich nicht, machst du Push-to-Talk für, nimm einfach Discord oder so, dann machst du Push-to-Talk, dann kannst du hier Flag-Overlay anmachen. Und dann ist das nicht einfach nur ein, ein Knopf, sondern der Knopf hat dann auch noch gleichzeitig eine Funktion und du musst dann nicht einen, einen leeren Button haben auf dem Stream-Deck dafür. Du hast das bei dem Replay, das hab ich euch ja schon gezeigt, ne. Hier hast du alle möglichen Funktionen, die du hier unten auch hast. Die kannst du dann alle drücken, also vorspulen, zurückspulen, den ganzen Kladderadatsch, ne. Das ist auch, äh, selbsterklärend. Bei der Kamera ist das genau dasselbe. Da hast du dann quasi genau das, was du in iRacing auch hast. Du hast hier die ganzen Kameras, die kannst du dir da auch auflegen, weil es gibt ja Leute wie meine Wenigkeit, die immer was davor haben. Für mich ist das total toll, dass ich mir das belegen kann an der Stelle. Und dann machen wir das mal raus. Dann hast du noch die SIM-Control an sich. Da ist auch alles drinne. Du kannst den Sitz hoch-runter machen. Du kannst deinen Horizont hoch- und runter machen. Du kannst das Cockpit resetten. Also alles, alles das, was in der Theorie, in der Blackbox ist, hättest du jetzt hier, ne. Könntest du einfach hier hingehen. Und dann müsste da ein Hotkey, äh, drauf belegt werden. Bei dem Hotkey kannst du dann hier an der Stelle belegen, ne. Wenn wir jetzt hier in Controls reingehen und wir würden jetzt sagen, wir wollen den Field of View, dann haben wir das jetzt hier auf den beiden Tasten drauf, auf den eckigen Klammern. Und dann müsstest du hier an der Stelle die eckige Klammer einfügen. So, und dann kann ich jetzt hier, sag ich mal, ins Auto gehen. Dann muss ich hier erstmal gucken, wie mein normaler Wert ist, damit ich das hier auf Blitz zurückstellen kann. Und dann könnte ich jetzt hier meinen Pfiff verstellen, wenn ich da Bock drauf habe. Dann kann ich den hoch- und runterdrehen. Wobei, ne, das geht bei mir nicht, weil ich schon das Maximum habe. Aber jetzt habe ich ihn extra runtergedreht und dann kann ich den jetzt hier wieder an der Stelle hochdrehen, den Pfiff. Und dann funktioniert der ganze Salat auch, ne. Also wenn wir jetzt einfach zurückgehen in die Option, dann kann ich das euch nochmal anhand eines Beispiels zeigen, was hier mit den Hotkeys ist. Und dann löschen wir das mal raus und dann sagen wir Income. Hier bei mir ist das jetzt Shift-I oder hier an der Stelle ist es Shift-U. Und dann gehe ich hier rein, dann habe ich auf meinen Controls, habe ich bei, wo ist es denn, Traction Controls, Shift-I, Shift-U. Die sind da beide belegt und dann kann man das machen, ne. Also die Hotkeys müssen dann trotzdem für euch noch da sein. Du hast halt hier Cockpit-Switches, hast du auch noch. Moment, das kann ich euch auch nochmal zeigen. Da sind dann deine Wiper drin, Pit-Limiter, Starter, Weather-Blackbox. Du kannst halt auch die ganzen Blackboxen ansteuern. Also alles hast du drin, was du möchtest. Also auch gleichzeitig dein Icon wieder, kannst die Farbe belegen, boom. Und dann hast du hier auch gleichzeitig noch eine andere Farbe. Also falls du iRacing fahren solltest und du ein Stream Deck haben solltest, ist iRacing einfach das Ding. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bei Error4044 bedanken, denn das Tool bzw. das Plugin ist einfach nur ein absoluter Lifesaver. Und ich wünsche mir innerlich, dass ich das große Stream Deck hätte. Weil ich würde am liebsten eigentlich alles darauf donnern, weil ich das so toll finde mit den ganzen, ja ich sag mal, interaktiven Icons, die auch gleichzeitig noch nicht nur eine Funktion haben, sondern mehrere Funktionen haben. Das wurde wirklich sehr, sehr toll umgesetzt und ich möchte mich auch da mal bei dem Team bedanken, die das gemacht haben. Weil das ist ein unglaublich tolles Plugin. Lass mich doch mal wissen, ob du das selber schon kanntest, dieses Plugin. Denn mir persönlich war das nie wirklich bewusst, dass es das gibt. Und dann wünsche ich dir einen unglaublich schönen Tag. Möchte mich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Würde mich sehr freuen, wenn du einen Daumen hoch oder einen Daumen runter auf das Video klatschst, weil das ist für mich beides fein. Feedback ist immer gut. Haus rein, ciao, Kakao und lass dir gut gehen.